Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zur 574. Folge vom Let's Play am 22. Anibus Simulator mit mir auch Jörn Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Waldhofen. Wir fahren jetzt die Linie 595. Sie führen uns vom Schloss Seidhammer nach am Padberg Schleife. Fahrzeit dauert für die Strecke um die 15 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN SD202D91. Wir fahren im Lada, wie pinkt. Wie heißt bitte ist Stuttgart. Wir fahren jetzt auch direkt los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Ich werde natürlich auch ein Video nebenbei führen lassen. Also ich weiß, wo es lang geht. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und gute Dreiheit. Man fahrt. Dreiheit. Dreiheit. Das war's für heute. 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 Das war's für heute gleich. Weil die Stelle zu schlank. Das war's für heute. 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 Sollte Das war's für heute. 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 Das war's für heute.